Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei L819 der KTB von Thüringen Version 3.101. Ich werde mal jetzt die drei Fahrzeuge runterfahren vom Feld, damit wir den Anfangen mitnehmen können. Ich will versuchen mal, dass ich hier Glück habe. Der hat sich ja festgefahren. Aufgrund der Nässe. Zum Glück wird hier die Bohntextur nur angemalt. Und nicht, äh, das ist vorne so schwer. Wer bergauf wird, ist so super schwierig. Da geht's auch bergauf. Kommt ja nicht rum, ne? Anstrengend sowas. Versuchen wir mal ein Gaspedal. Leicht Gas zu geben, ne? Wenn man geradeaus so rauskommt. Ich erinnere mich von vorne hier, glaube ich, ne? Aber kräftig. Vollgas. Kommt ja nicht rum. Äh, fällt dran. Versuchen wir mal. Es kann sein, dass das jetzt besser geht. Zumindest, um da... ...geduldigen Schwung zu kriegen, ne? Aber... Ich bin nicht ganz sicher. Warum lenkt der jetzt? Was ist der eigentlich? Was ist der eigentlich? Müsste alle mal die Hinterreisen versetzen, ne? Also... Was ist der eigentlich? Was ist der eigentlich? Was ist der eigentlich? Was ist der Fall zu sein? Fahr mal runter. Also hier wird's ja ganz schlecht, wenn wir theoretisch, äh... Gras fahren, nüssten, nach den Bedingungen. Denk mal, da der Boden recht nass ist und recht, äh... extrem feucht ist, dass wir da entsprechende Probleme haben, ne? Ich möchte sowieso noch die anderen Fahrzeuge herbringen, also die Dampff-Ball-Song-Wagen. Das sollten wir gleich mal machen. Feldnummer... Äh... 29, Nord... Wir haben alle schon völligs Freifunk. Ja, Alt, Null. Zum Winzer, ja genau. Äh... Eintrinken gehen. So, 29, Nord. Und Hint fahren. Na, das wollte ich nicht machen, dauert zu lange. Okay. Das war unser... Anderer. Ob der mit dem Nessel klarkommt, mal schauen. Das weiß ich jetzt nicht. Kann mal jeden Fahrzeug anders sein. Alt, Null. Da fahren wir mal... Mal standard zu, Feldnummer... 29, Nord... Gas... Ja, der sagt schön ein, ne? Ja... Lass mal fahren. So, der nächste Fahrzeug... Mal einklappen hier. Ja, das hat nicht geklappt, ne? Das Teil gekauft. Na gut, okay. Vielleicht kommt mal irgendwann ein Update... Ob es nun an ein Fahrzeug oder an eine Frucht... Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass beim Ballensammler das klappt. Also, die Ballensammler, das ist ja da nicht gut, wie ihr kennt das, ne? Ich dachte ja auch, wenn ich jetzt mit den anderen mähe... Dass man entsprechend da... Daran liegen könnte. Aber in dem Fall... Ne, ist nicht so. So, hier will ich erst mal Band arbeiten lassen und mähen. Das heißt, es wird ihm schwierig. Das heißt, es wird nicht schwierig. Beziehungsweise, wir werden ein Eier mittendrin anfangen. Die Ballenpresse kann ja da bleiben. Aber hier muss man mähen, muss er. Oder 19 Uhr. Ja, der kann ja nachts durcharbeiten. Wie gesagt, kann man nicht schlafen, ne? Das ist ja so, die Arbeitsgeschwindigkeit... Wird ja nicht angepasst, wenn man schon theoretisch... Wie gesagt, probieren, ne? Dass hier alle vier Räder gut drehen. Also, das müssen wir mal hinkriegen. Dafür brauchen wir ein Objekt, wo wir gegenfahren können, ne? Das kann man nicht erkennen. So. So. Wir kriegen sie alle ganz gut. Also da sind wir. So. 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 Ich nehme an, bis es trockener wird. Jetzt können wir langsam machen, ne? Da wird nichts. So, nur den Rand hinstellen. So. Okay. Programmieren. Kursgenerierung. Für 29. Vorgewänder machen wir. Ja, machen wir ruhig. Dreimal. Viermal. 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 Das machen wir nicht. Ich glaube nicht. Das ist sowieso. Machen wir scharf. Das ist auch egal. Deswegen werden wir so die Fahrzeuge in der Arbeit lassen. Das ist im Grunde. Beginn vorgewänderbaren. Also. Auf Feld rein. Abfahren ist aber blöd. Weil wir nur durch Fucht fahren müssten. Das heißt, wir könnten erst pressen, wenn damit man fertig ist. Mal gucken, wie man den kriegt. Ja, ich finde es einen schönen Montag. Brauchen wir mal auf die Woche gut gestanden. Würde hier auch anfangen, ne? Das würde an sich passen, weil da schon fast alles weg ist. Ja. Grund ist das gut. So. Ersten Wegpunkt. Jetzt muss er kurz gerechnen. Deswegen brauchen wir aber ein bisschen überlegen, ne? Wo er anfangen soll. Wenn man F1 und F2 geht, kann man sehen, dass die Leistung runter geht. Liegt aber daran, dass er gerade rechnet. Den Kurs möchte ich speichern. Erstens für die Fahrzeuge gibt es einen Ball treffen. Und zweitens. Zweitens. Wegen. Wegen dem treffen, ne? Grund. Weil. Weil. Pferdegas. 13,5 Meter. Ne. Feld. 29. Breite ist 13,5 Meter. Müsst jetzt sein. Speichern. Und. Das macht der Ersten teilweise, ne? Das ist ein bisschen blöd, ne? Gut. Wenn die anderen mit Kursblech fahren, dann ist es auch, äh, so wie er macht auch keine Fruchtzerstörung. Gut. So gehen wir gleich mal auf den Ball, so ein Fahrzeug. Den Ersten. Da ist der Bursche. Da. Ja. Den lassen wir gleich, äh, den Punkt anfangen. Ersten Punkt. Die anderen werden sicherlich unterwegs sein. Blocking. Da hält er mal an. Hm. Wo hält er gerade an, ne? So. 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 Erst circa. Es klappt ja alles. Plan. Das ist wichtig. Feldmodus, ne? Also wenn man da hinfährt. Da hat man sie auch rechnen. Ne? 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 Ich kann jetzt so nix machen, weil jetzt das ganze Feld einscannen tut. Und wir schauen mal, dass ich hier einsack. Das war wichtig. Der erste ist da. Und warum ist der andere woanders? Ja, irgendwie festgefahren. Ja. Weil die wollte ich irgendwo suchen durch anfangen, ne? Ich schalte mal durch. Ach, klar. Blocking ist das deswegen, weil er hier vorne ist. So. Äh. Gut. Das ist halt so, ne? Gehen wir gleich mal einsteigen. Lass mal einen Lächelnkurs laden, den alten löschen. Ich hätte es ja eigentlich mit Verband gemacht, aber... So konnte ich mit dem anderen Fahrzeug mal anhalten, falls es mal nicht so funktioniert. Und... Ach, hier wollte ich machen. Hier, die Größe. Äh. Automatisch. K war es gewesen, ne? Äh, K. Ja. 6.000. 12.000. Was waren die 1.000 nicht? Dann waren wir 10.000. Das ist deswegen wichtig, weil bei der Menge hier ist, äh, ich sag mal, das wird entsprechend, äh, vorher auskommen, ne? Zumal unsere Fahrzeuge leicht versacken hier. Äh, normal. Lass mich mal ganz kurz. Die Runde fertig waren. Demnächst anfangen. Da können wir ganz kurz... So, ich hätte ja auf Pferdegras verzichtet, wenn der Preis gleichgewiesen wäre, ne? Und lassen. Äh, FK. Größer geht. Keiner geht nicht. Also wenn du, äh, die 4.000 haben willst, das wird gehen, aber wenn du bei 10.000 bist, dann geht das nicht. Dann muss ich mal beenden. Und... Einstellen. Ich würd's ja auch mit 4.000 lassen, aber die Fahndung sind doof in dem weg. Das ist, äh, auch nicht so schön. Gut, wenn du einige sagen, mach's viel auf Realismus, oder willst du das real wirklich machen, aber wir haben ja keine integrierten Einstellungen, also wir können keine Ballen fahren lassen mit dem, äh, Outreif, das wird schwierig. Und den muss ich jetzt... Mal schauen, mittendrin normalerweise, ne? Dazu müsste man hier irgendwo reinfahren. Da muss ich mal auffallen. An dem Stelle. Später irgendwo hier anfangen, damit die... Das schaffen, ne? Die Balmfarmer ist ja weiß, das können wir auch lassen. So. Lass mal gestehen. Und... Der muss ja zumindest hier in dem Bereich sein, dann können wir den zweiten an, äh, los schicken. Und der nächste hinten irgendwo, damit die sich nicht hinterher nicht, äh... dann... Dann... Das ist... schwierig. Muss ich mal offline machen, dann ist es ziemlich, äh... nicht da muss überlegen. Und alle Ruhe das machen, ne? Der Kühl hat mir rein gefahren. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz tragisch. Wenn man einmal das zerstört, ne? Ja, zweitemal. Ja, zweitemal. Ich hoffe, dass das bisschen trocken wird, ne? Sieht ganz gut aus hier mit dem Burken. Aber da kommt es allein wieder hoch, wie Wasser, ne? Äh, das... Wenn man hier so guckt... Das sind hier, glaube ich, das müsste die Bodenfeuchte sein. Das sind Pflanzenfeuchte, wo das Wachstum, ne? Was ich noch gucken wollte, ist, äh... Gras? Ne, da brauche ich mal. Ja, die Gras. Ob das, äh... Ah, hat abgeerntet. Gut. Ah, klar, hier ist ein bisschen weniger. Das müssen wir besammeln, ne? Das können wir gleich machen. Der muss mal eine Weile arbeiten, bis wir die einsetzen können. Alle wird bald stören, ne? Aber nicht mehr heute. Tumisch aber, das soll es auch schon so heute gewesen sein. Wie sammeln die zu Wochen? Gras? Äh, äh... Gras? Grasbald, ne? Ungefährte Grasbald. Die werden wir mal ein Stückchen weiterfahren. Da wird der, äh, bisschen weiter eingreifen kann, in der Arbeit. Jetzt lang anders gehen lassen sollen, ne? So längs. Na gut. Bis zu spät. So. Das soll es auch schon vorher gewesen sein. Normale, ne? Äh, doppelt besser, man kann sich nicht trennen, ne? Tschüss. Schau. Schau. Schönen Ressontag. Und ein dickes Dankeschön für das Gerät. Tschüss. Und danke schön für alles.